Ja, hallo. Ich bin ein bisschen heiser, weil ich habe jetzt hier einen kleinen Protest gemacht, unangemeldet. Und es waren auch vier wunderbare, freundliche PolizistInnen da. Und das ist das Plakat, was ich heute noch vor ein paar Stunden gemalt habe. Es steht drauf, Ende Ära Kostolmein Kinderhäuser von Karen Brees ist Plagiat von Kinderhaus von Mark Bellinghaus. Und oben steht Ende Ära Kostolmein gefordert. So, hier ist die liebe Laura und da ist Herbert und die sind mitgekommen, um mich zu unterstützen. Ich bin also nicht ganz alleine da und ich bin mir ganz sicher, dass das noch eine, ja, da kommt noch was hinterher, auf alle Fälle. Und ich fordere hiermit, weil diese Frau Kostolmein wirklich jetzt dieses Stück aufgeführt, es fängt jetzt gerade an, es ist 19.30 Uhr. Ihr könnt euch ja nicht vorstellen, wie ich mich fühle. Ich habe ihr das im Vertrauen angeboten und sie hat mein Vertrauen absolut missbraucht. Der Missbrauch geht also weiter. Und das ist, ich kann es nicht in Worte fassen. Also, alles Gute und bis bald.